So Johannes, wo bist du denn? Ich will dir mal zeigen, wie man High Five macht in GTA. Am Flughafen. Wie bitte? Am Flughafen. Am Flughafen? Komm mal runter mit deinem Flugzeug. Komm runter. Ich stehe ja. Ach du stehst unten, alles klar. Ich warte doch, warum Start-Alog ist. Steig mal aus. Start-Alog ist erteilt. Steig mal aus. Ich will dir mal zeigen, wie High Five geht. Das haben sie nämlich gepatcht mit... Mit dem neuen Upsell. Wie heißt denn das Auto aus, oder? Kuruma gepanzert. Komm mal her, komm mal her. Wir haben ja letztens geklaut, Jojo. Komm mal her. Pass auf. Also das geht nur, wenn ich als erstes eine Taste drücke und du dann danach, okay? Okay. Und welche? Also du drückst, wenn... Ich führe deine Aktion aus, das siehst du dann. Und dann, ähm... Du musst aber vor mir stehen bleiben, sonst geht das nicht. Wollte mich gerade wieder hinstellen. So, jetzt. Ja? Und dann muss... Also du musst dann die rechte Maustaste drücken. Rechte Maustaste. Rechte Maustaste. Okay, ich drück die jetzt. Du hast mich geschlagen. Ja, er ist sowieso blöd dazu. Ja. Es gibt keine Möglichkeit, High Five zu machen. Ich wollte dich nur verarschen. Wow, Leo. Ja. Ja, er ist trotzdem blöd dazu. Also hast du gesehen, wie wir die Lachen haben gerade? Ja, deswegen schnapp ich mir jetzt deine Maschine und flieg damit weg. Ich hab so'n Ding noch nie spawnen sehen. Vor allem hier. Ja, du kriegst... Ey, Leo, du kriegst doch noch ein paar Sterne, ne? Ohne Starterlaubnis nicht. Ohne Starterlaubnis nicht? Ich flieg trotzdem los. Oh, ich kratz den Boden an, alter. Er denkt jetzt einfach, er kann fliegen mit meinem... Ich werd anvisiert. Oh, oh! Komisch, wa? Oh, oh! Oh, da habt ihr mich erwischt! Oh, shit, da kommt ein Gebäude. Fuck! Ich steig aus! Okay, war zu spät. Er ist tot! Er ist tot! Alles klar! Aber ich bin noch rausgeflogen. Ich bin noch, ähm, aus dem Flugzeug rausgeflogen. Und dann ist es erst bei dir Pinoch's tot. Ich möchte Pinoch's tot! Ich möchte Pinoch's tot! Ich möchte Pinoch's tot! Was? Du bist bei dir selbst? Wie geht das denn? Ist wirklich so. Hab ich mir auch gerade gedacht. Wir sind... Wir sind einfach in irgendeinem Bruder. Alter. Was? Was laufest du wieder, Johannes? Ich glaubte er seinen Pillen wieder nicht genommen. Oh, hup mich doch nicht an, du Arsch! Oh, jetzt, jetzt steigt er aus! Sieht aus wie so'n Pilot, Alter! Na, willst du was haben, hä? Oh. Bleibt mein Auto. Oh ja, Endigo, hier ist noch einiges besorgen. Oh! Ich komm auch zum Flughafen! Ich hab hier grad einen... Ey, lass mal in Formation fliegen mit dem Ding. Ja, warte, ich komm vorbei. Warte. Also, diese fetten? Ja, also, eine steht hier noch. Ich hab eine. Eine steht da im Hangar. Ich hab eh noch drei Kilometer vom Tacho. Ja, dann bin ich wohl als erstes da. Dann fliegen wir mal ne Formation, Johannes, okay? Ja, wir müssen ja gleichzeitig starten. Also, zwei auf der linken und eine... Ne, warte. Hey, es sind doch zwei Landebahn, äh, Startbahn, Landebahn, whatever. Ja, einer links, eine in der Mitte und einer rechts. Oh! Will mich Voxer verarschen! Ich hab den Sprung nicht geschafft. War zu langsam. Ja, aber, Leo, in der Missionenbau, die wurde ich übrigens... Ach, meinst du die Maschine hier, oder welche? Ja, in der du gerade abbrauen wolltest. Ach so, okay. Wo ist denn die? Wo steht denn die andere? In dem Hangar, geradezu. Ah, da, alles klar, warte. Das bauen die immer. Ja. Ja, hier hat ja gerade einer gefragt, ob es hier Hacker sind, ne? Ja. Hier ist wieder einer auf Level 8. Hast du das Bild gesehen? Ja, ja. Dafür, ähm, dafür kann... Dafür kann man gebannt werden, wenn man fragt, ne? Allein nur, wenn man fragt. Als ob. Ob irgendwie Hacker da sind, oder Modder. Kann man gebannt werden. Als ob. Mhm. Voxer geht da jetzt richtig krass gegen vor. Ja, hab ich gemerkt. Die bannen ja auch einfach mal Leute. Was steht da? Rauberfotzenplotz steht hier unten. Achtung, der zieht sich gleich raus. Nee. Geht gerne. Oh, da steht da... Ja, hier ist jetzt noch eine. Hier ist eine dritte. Ja, hier ist der Mikro. Die hat sich jetzt aber Rauberfotzenplotz gekrallt. Ja, die ist so zerstört. Du, äh, fangen wir bitte nicht hinten ein. Warte. Alter, wenn ihr hier die Flügel abmachen würdest, sieht das auch genauso wie dieser komische Analplack aus von dem Typen aus dem Typen. Ey, wo willst du gestolten, Digga? Ja, warte doch mal. Ich muss hier wenden. Machst du, nimmst du die in der Mitte oder? Ähm, der karte ich gleich um. Das sieht so aus. Oder? Scheiß mal, okay. Oder karte ich jetzt mich um? Scheiß mal. Der startet... Der wird ja auch starten. Alter, zu mir. Informationen über die Stadt, Alter. Okay, warte. Warte, warte. Ah! Zu weit. Warte. Warte. Warte, okay. Warte, 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 warte. Okay. Warte, warte, warte. Der eine ist da. Der dreht auf. Oh, wie geil ist der Typ denn? Ich schreib dir mal. Wir machen, äh, Formation. Wo? Achso, da. Ich mein, der ist doch bestimmt deutsch, wenn der sich so einen Namen aussucht, oder? Ja. Ja. Ich mach nur... Du musst deinen Countdown machen. Nico Sponsor. Hm. Warte, kommt Nico jetzt noch? Ja. Okay. Haha, wie geil. Nico, du musst zwischen... zwischen Leo und mich. Auf dem Rasen. Nico, pass auf! Hahaha. Pass auf! Haben wir noch Zeit für den fünften? Ja, aber. Wieso wer will noch? Na, der fragt, ob wir noch Zeit für den fünften haben. Hä, wo ist denn jetzt Nico hin? Hinter euch. Ah, da! Haha. Nico, nimmst du... Ja, natürlich. Nico, pass auf! Boah, anscheinend. Sau, Alter. Oh, jetzt fährt er weg. Wo will er denn hin? Nein, der macht ja Platz für Nico. Achso. Der muss doch... Ey, ja, genau! Lass, ähm... Ja, oder so. Warte, ich fau noch. Wir müssen dann aber auch alle gleichzeitig hochziehen. Ja, das werden wir nicht hinkriegen, oder? Naja, doch. Wie das einfach mal auf der Karte aussieht. Ist auch richtig geil. Also das Screenshot machen wir in der nächste Saison. Du musst zur Seite gehen, das sieht richtig geil aus, wenn du so... Ja. ...über die Flügel so rüber guckst. Ja. Kurz vorm Ende. Okay. Mach mal so. Mach mal. Kommt in der Welt von dem... Ja, weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht. Wer unterwegs ist. Ja, da... Oh, der kommt... Ah, da... Da kommt einer, ja. Halligallumat. Halligallumat, ja. Ich habe noch 74 Dollar. Die bring ich mal safe. Was? 74 Dollar?! Hast du bloß? Insgesamt? Nein, auf dem... Nein, auf dem... Aber ich habe auch nicht... Wie viel hast du insgesamt? 200.000. Was? 200.000? Mehr nicht. Was meint der denn mit der Frage, wenn die anfängt? Hä? Wie das aussieht, wenn wir uns alle bewegen, Alter. Wie so eine Dildo-Formation. Das war... So gut. Ja, ist denn auch noch eine fünfte da? Ja, die spawns hat er, wenn da wieder einer hinfliegt, wenn einer hinfährt. Da kommt er! Okay, wo ist er denn? Welches Level ist er denn? Ach, der kommt mit dem Flugzeug... 48. Guck mal, der landet da hinten schon mit dieser... mit dem Ding. Ach, deswegen war der so schnell auf der Karte. Ja. Ach, der hat schon die Große. Ja. Ach, der hat schon die Große. Ach, der muss auf der Karte machen. Ja, der... Na, der fährt hier durch, dreht... Ach so. What the fuck? Was macht der da? Johannes? Ich hab Angst. Okay. Ist vernünftig. Ist vernünftig, muss ich sagen. Ist aber... mein schon Führerschein. Wie geil ist das denn, bitte? Okay, macht jemand einen Counter? Das ging schon davon. Ja, warte, muss irgendwie... Irgendwie... Warte. Ja, okay, warte, schreib! Ready? 3... 2... 1... Und go! Und am Ende erst hochziehen. Ey, er ist langsamer wegen dem Dreck. Sieht trotzdem geil aus. Jo, schneller, warum? Ja, weil ich in der Mitte fahre. Da muss... Oh, ich muss hochziehen! Scheiße! Ey, die hat's fast vergessen. Wie das aussieht! Nein! Der ist gestorben! Wir ziehen nach rechts, sei's klar! Ich flieg unter die Formation! Die Formation! Ja! Wir müssen in die Formation zurück! Niko! Schau! Ey, wir fliegen zu Trevor's Airfield, okay? Okay. Und versuchen dann da in einer Reihe zu landen. Das wäre episch. Ja, mach das! Warte mal, ich versuch dir mal... Ähm... Wir fliegen, Alter! In einer Reihe... Um... Trevor... ...Aairfield... ...sino... ...so... Haha! Wie geil! Wie geil sind die bitte drauf! Ich brauche einen Screenshot! Scready! Das ist Grady! Unsere eine Lehrerin hat mal gesagt, wir machen einen Shotscreen! Ihr seid aber auch echt alle so lahmarschig. In einer Reihe habe ich geschrieben, Rauberfotzenrotz, Alter. Ja, ja. Du musst mal Reifen einziehen. Oh ja, deswegen bin ich jetzt langsamer. Achso, deswegen könnte ich auch mal machen. Aber wir landen so... Niko! Was? Flick mir doch nicht immer gleich hinten drauf, Mann. Es ist echt amüsant, euch bei einem Vollidioten zuzusehen. Wir müssen gleich nach rechts einschwenken. Ja, ich flicke einfach Yo-Yo. Aber jetzt schon, Leo. Ja, deswegen scher ich doch ein. Niko! Junge! Runter, 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 runter! Oh Gott, das ist in einer Vollidioten. Oh Scheiße! Ich muss auch mal wieder hier kontrolliert fliegen. Kannst du landen? Ja, ja. Wir landen. Wir landen. Also ich versuche... Also ich lande jetzt. Passt auf, da steht so ein Busch... Wer ist so links oder rechts? Links. Wir landen alle links. In einer Reihe. Der Letzte muss dann richtig hart in die Eisen gehen. So. So. Oh! Eine weiche Landung. Nein! Wer ist denn da wieder durchgesch... Wie geht das jetzt an? Alter, wer setzt denn da so hart auf, Junge? Oh, hier steht noch eine! Jojo! Er bremst noch drücken, bitte! Johannes, wo fährst du hin? Ja, ein Stück nach rechts, damit er die Platte hat. Oh, sorry! Oh, wie geil! Hier steht vor allem einer. Ah, ist das nice! Ich edit die mal. Wie mach ich das? Wie edit man die denn? Ich hab das irgendwie gemacht. Über Social Club und dann den Namen eben suchen. Spieler finden, ne? Kann man... Diktiert mal. Ich mach's auch gleich bei euch. Diktiert mal Namen. Wir können dann einfach über deine Freundesflüsse gehen. Ja, okay. Diktiert mal. Wie geil ist das bitte? Nico. Kann grad nicht. Mach mal du, Leo. Was soll ich machen? Leo, diktiert mal einen Namen von den beiden. Ob ich mir mal einen Namen von dem merke? Ob du mir den mal nach sagen kannst? Rauber-Fotzen-Rotz. Rau-Ber-Fotzen-Rotz. 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 Ja. Hab ich. Okay, der nächste? Halli-Gallo-Mat. Halli-Gallo-Mat. Halli-Mat. Gallo-Mat, das G ist dann groß geschrieben von Gallo-Mat. Oh, Buzzard Kampf, Heli! Ich krieg die Krise. Ey, wer fliegt den nicht? Warte. Nee, hast du falsches geschrieben? Äh, Leerzeichen oder so, warte. Nee, nee, eigentlich nicht. Oh, Leute. O-H-A-L-L-I-G, also großes G. Halli-Gallo-Mat. Darf ich den einen abschießen? Nein, lass mal. Oh, Mann. Ey, Jojo, ich hab mir da so ein kleines Plätzchen ausgesucht. Ich weiß nicht, ob dir das so gefällt, aber... Ich lande jetzt auf dem hier landenden, okay? Warte. Ah, ich hab gut. Okay, warte, warte, warte. Ja. Er soll mal so losfliegen. Typ ist auch da. Oh, nein, nein, nein! WTF? Pass auf, Nico, Nico, Nico! Nico, du bist gleich... Du bist gleich hart am Arsch. Ich... Ich steig lieber aus. Liegt das nicht? Nee. Weg, 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 weg! Du hast mich niedergeschnittert. Du hast mich niedergeschnittert. Ich hab keine Rotorblätter mehr. Ich hab keine Rotorblätter mehr! Ich hab keine Rotorblätter mehr!